So, weiter geht's zur nächsten Mission. Hier können wir uns auf jeden Fall das Anfangsvideo dazu anschauen. Wir gehen mal hier hin. Wenn sie sich rauskriegen, dann könnte es ein Dissaster sein. Die sewers wurden von smugglern zu transportieren. Es ist sicher, dass es ein sehr guter Equipment gibt, das die Ihre Aufgabe einfacher wird. Das wird nicht eine einfache Mission sein. Verzüge einen starken Rear-Guard an fast alle turnen. Ungefähr der Verwärts ist auch möglich ein großer Obstacle. Ich frage mich aber trotzdem die Waffen, was wir jetzt hier noch extra kaufen können. Sollte es dann sein, dass wir bei jeder Mission Waffen auswählen können? Warschauer Abwasserkanäle. Ich frage mich, mit Energie und Hoffnung, aber es war klar von den ersten Sekunden, dass das nicht ein einfaches Rennen war. Hey, wo ist Matt? Ich glaube, er ist zu Angst, dass er zu schnauert. Er wird wahrscheinlich in einem Moment geholfen. Ah, da ist er, Atletz. Oh, das ist der MG, ja? Ja, wieso komme ich hier nicht durch? Super. Was soll ich machen? Verstecke, achso. Oh, hier kann man nicht vorbeischießen. Nein. Habe ich natürlich jetzt. Halt, 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 wo hinter mir? Ach da. Boah, sieben Gesundheit. Schnell, medikit, schnell, schnell. Ah, wir haben ja zwei. komm steh auf obwohl munition haben ja ich genug das gewehr hermit wie viel munition haben wir da haben auch viel kann man das nehmen also munition ist auf jeden fall genug keine kraft ja wo müssen wir hier daneben dann bestimmt welche kommen oder mal der stand öffnen schauen wir mal ob man die hier aufkriegen habe ich ist der tot ja wo aus wann das jetzt ich sehe gar nichts naja ihr seht ihr haben wir haben immer solche kleinen einbrüche hier boah schau das alles ist wenn man hier unter drogen steht aber den deutschen müsste ich genauso gehen außer dir masken auf das ist ja wahnsinn tun ja in die augen weh wo geht es denn hier raus können wir nicht umgehen ach komm lass mich hier raus das geht wirklich sehr auf die augen also bei mir zumindest was ist denn jetzt ach so mauer super vielleicht ist es keine echte doch so ein scheiß na spinne ich jetzt okay munition haben wir schon mal ja jetzt ist ja über über eine mauer was ist da nett dass wir irgendwas hier übersehen hey komm da war doch gerade die mauer oder nicht es kann natürlich sein dass wir jetzt schon halos haben hier unten vor dem ganzen gas ist es dein ernst dürfen den ganzen gas scheiß hier noch mal machen ah habe ich die andere waffe jetzt ja na gut sei dank hab dich da kommen wir gar nicht hin nee also auf jeden fall beim zurückgehen dann aufpassen ich werde jetzt erst mal auch gar nicht wie es ne ohne mist das ist nix da hinten war doch auch einer oder so hier waren die drei da geht es ja nicht weiter lass mich raus hier okay das ist da ach so jetzt passt mal auf jetzt kommt hier die mauer und dahinter war ja die munition also das sind wirklich nur halos jetzt kommt sie hier lassen wir mal die wand kommen schaut hin da haben wir nämlich unsere zeug und jetzt aufpassen jetzt verschwindet sie nämlich wieder jetzt gehen wir auf jeden fall schön langsam boah von wo bin ich jetzt vorhin gekommen von hier oder ah na hier glaube ich sind wir jetzt falsch das ist vollkommen falsch hier nach oben können wir hier gar nicht gehen also müssen wir hier ey vergess das medikit weil ich glaube ach vier stück haben wir ja ich wüsste jetzt gar nicht wir haben noch keinen speicherpunkt glaube ich aber wieso erscheinen die leute einfach so vor einem jetzt aber so wie es ausschaut haben die deutschen aber keine gasmaske auf gehe aus gas hinaus ja das hatte ich vor komm komm bitte lass mich hier raus habe ich gesehen es wird besser wenigstens speicherpunkt das war doch mal wo müssen wir jetzt hin finde den rest der deutschen jetzt gehen wir einfach mal hier entlang ne also ganz ehrlich wie ist es das für euch schreibt sie meine kommentare als für meine augen ist das gar nicht belausche das gespräch Heinrich darf ich schon schießen ey war die granate nicht außerhalb mal passt diesmal müssen wir nicht so weit laufen wenn wir sterben ich probiere es jetzt lieber gleich ob man mal schießen kann weg 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 boah jetzt müssen wir mal aufpassen dass hier noch eine granate kommt warte mal die kam von hier rechts oder ja ja das sehen wir die zeigst du dich ja der kommt vor den haben wir auch wo ist der kann ich jetzt darunter springen was einer ist hinkommen mal schauen wo der ist warte mal ist das medikit die waffen passen eigentlich warte mal wo war die leiter irgendwo habe ich es doch gesehen wo habe ich die leiter gesehen gerade da drüben ne ich brauche kein warte mal was habe ich als gewehr ne das passt brauche ich kein karabiner warte mal drücken 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 es ist zeit zu sterben du wofür hw ich drück doch auf die Ich drücke da auf die richtige Taste. So, da können wir ja nichts mitnehmen. Hol den flüchtigen Deutschen ein. Es kommen natürlich noch mehr wieder. Komm. Dann erstmal Waffe wechseln. Oh nein. Ich darf mir jetzt Glück, dass ich ja nicht geschossen habe, überhaupt beim Nachladen. Das ist schon... Jetzt habe ich dich, ey. Komm. Brutal. Warte mal, wo bist denn du? Genau, ich würde halt lieber abhauen, bevor du hier weiter mit mir quatscht. Was, da suche ich die Betten. Meinst du, der ist hier drin? Bist du dir da sicher? Naja, ist er wieder im Letzten, ha? Was? Was? Haben wir nicht jetzt oder nicht? Oder bin ich tot? Ah, wir haben es. Was haben wir für eine Errungenschaft? Dann sehr makabre. So. Mission erfüllt in der Kanalisation. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.